Willkommen zurück Leute, es geht weiter mit die Wolf, mit dabei ist der Erli Bob. Becken mal an uns. Hi Leute. Gratz. Hallo. Und Gratz. Erli, was hast du da für ein krasses Icon eigentlich? Erli Strapper. Erli hat glaube ich noch Video geholt, ne? Erli muss die Arena sind, ne? Ja stimmt, wenn er einen Trapper hat. Das wird ein freilaufendes Monster sein. Ne, Erli macht das schon. Ach Erli muss ja die Arena stellen, ne? Freilaufende Monster aus Bodenhaltung. Es sei denn, er wäre der Krake, ne? Ja, da bin ich wieder nervös, ey. Hast du wieder Bucket genommen, du Faggot? Klar. Kann ich den kaputt machen, den Cop? Irgendjemand, ja klar, du musst ihn aber halt sehen, Krabs hat ihn ja nicht gesehen. Ich hab den nicht gefunden, den Cop. Ich bin genau so, hab mich genau vor Krabs noch ein Selfie gemacht. Wie lange hält die Arena? 30 Sekunden oder so? Echt so länger? Nee, die hält dann länger wie 30. Länger als 3 Sekunden? Auf jeden Fall. Ja. Ich hab immer das Gefühl, die ist sofort wieder weg, ey. Woran liegt das? Du riechst komisch. Das war genau das Ziel. Ich glaube, die heimischen Tiere empfangen man schon mit der Arzt. Wie war eigentlich nochmal die Taste? Das mach ich wirklich ernst. Hab ich in meinem ganzen Monsteraufnahme auch nie gemacht, um Leute zu sehen. Rechtsklick. Rechtsklick. Echt, hab ich nie gemacht in allen den Monsteraufnahmen. Rechtsklick machst du dieses Radar, ja. Auch nicht um die Monster zu füllen? Nee, ich lauf einfach mal drauf los und greif die anderen in Form gekommen. Rechtsklick machst du den Radar, ne? Weißt du, dass du was nochmal machst? Rechtsklick. Rechtsklick. Ermitteln hat diese Vögel aufgeschreckt. Rechtsklick. Ah, wir haben ja Daisy. Richtig. Daisy. Und was soll euch Daisy jetzt bringen? Daisy wird dich aufmampfen. Ah, dann hat er schon die Vögel aufgeschreckt. Nutzt so das Systemspiel. Ich hab die Vögel nicht aufgeschreckt. Ich hab die Vögel benutzt, um euch anzuloppen. Du hast sie erschreckt. Das war gestern auch geil und kaput. Ich hab ihn. Warte, wer hat hier wen? Er kommt allein auf mich zu. Leute, ihr seht ihn aufm Radar. Ich hab ihn euch markiert. Nein, was ist das denn? Hilfe! Was soll die Scheiße? Oh, das ist der Krokodok. Aber passt gut aus. Hilfe! Oh, da hinten. Da war der da hinten. Wir haben eine Einheit verloren. Äh, eine Menschen ist zu einem Freund. Da wird er schon das erste Mal gegrillt hier. Ja. Juhuhuhuhu! Muss ich eigentlich alleine gegen ihn? Wo ist denn hin? Ja. Hat das Vier dich getötet gleich? Hat es sich aufgegessen? Ja, ja. Wer ist denn tot? Mit dem Krokodil. Das war der Early Boy. Pflanze! Alter, was knarrt denn hier so? Kranzer müsste dir eigentlich entgegen kommen. Ja. Ja, ich weiß. Oh, Daisy ist da. Die ist aber ganz schön flinkend. Hallo! Ja? Grab sie den Arm! Kann zwar unsichtbar sein, aber... Feuer sieht man trotzdem. Ja, das ist immer böse. Oh, der hat schon gut gemacht. Ja, der hat schon eine gute Rüstung. Fokuss mich! Verdammt! Nein! Schliegen! Hoch, Lazarus! Der Kampf ist nicht vorbei! Keilung ist jetzt möglich! Oh, hat's geglaubt? Ja. Er spuckt Feuer! Goliath angegriffen! Goliath? Goliath bleibt doch stehen! Early, wo bist du eigentlich? Down for the count! Ja, wann kommst du wieder, Early? Bald! Ach ja, wir brauchen die Arena! Er ist links gegangen, Leute, ne? Das Problem ist halt, wenn... Early ist so früh gestorben, dass er den Timer jetzt so krass gedrückt hat schon, dass wenn ich jetzt einen von euch töten würde, er das nicht schaffen würde, euch alle zu killen, bevor ihr neu spawnt. Da hinten ist er. Oh, Grants, warte mal. Ich glaube, ich kann den neuen Saft geben sogar. Kann es sein, dass man sich hier überhaupt auf der Map kaum bewegen kann? Wegen dem Glibber? Sag ich einfach mal. Weil hier ist überall diese Schlotze. Jetzt fangen die Ausreden an. Ne, ne. Ich mag die Map. Ich finde... Ich ähm... Auch als ähm... Ja, bei dir ist halt doch schon recht eng, sag ich mal. Wenn man es so sagen will. Also ich komm... Ich kann kaum so in eine Richtung laufen, ne ganze Zeit lang, ohne. Early. Early ist ein Landeranschluss. Shield fast weg! Nice. Ah, da hinten Mampf da! Daisy! Schieß doch auf ihn! Weißt du mal, was das Problem ist? Euer Luftschiff war gerade da. Und weißt du, was das heißt, wenn du tot bist? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Leute, könnt ihr den mal irgendwie hier... Geh wohl, Markov! Goliath! Deine Organe werden meinen Forschungen zugutekommen! Das war nicht nett, Mr. Dalukat! Der Tod ist nicht zu empfehlen! Deine Zeit war noch nicht gekommen! Feuer, Atem, weg! Alter, wo sind die anderen? Ich bin hier oben drauf. Er bringt gar nichts, wenn wir alle nach und einander dahin gehen und sterben. Ja, ich hätt ihn auch wiedergeleben können. Ich hätt ihn nur jemand anschießen müssen. Ne, ich hab die ganze Zeit auf ihn geschossen, aber er ist ja weit auf dich gegangen. Oh, ich bin getrappt! Scheiße! Komm schon, Les! Wir brauchen den Handschuh! Stop, Early hat mich! Early, du weißt, dass du liegen musst, aber ne? Das ist ganz totgemacht, Dalu! Du bist wieder am Leben! Er hat noch gelebt! Repariert mich! Oh, was? Er zählt ja alle wieder, ne? Der Roboter ist kaputt! Support is dead steht aber da. Monster gefuckt! Bist du gestorben? Wir sind durch die Panzerung! Macht weiter! Komm schon, wir brauchen dich noch! Was? Blut! Ja, hast du das denn gemacht! War Blut! Wo ist der Medic? Ich bin hier! Hilfe! Ups! Das Latterusgerät ist bereit! Greife den Goliath an! Feuer! Early dürfte, glaube ich, nur noch einmal down gehen können. Ja, dann ist er, glaube ich, instant tot. Helft Markov, euch zu helfen! Los, verdammt! Friss eine Rakete! Ähm, Leute? Helft mir! Ich bin tot! Schieß! Wir haben das Weg! Daisy! Nein! Äh, äh, äh... Early? Early, early! Grenze, Grenze! Nein! Warum machst du da kaputt? Da hab ich grad drauf gestanden! Das funktioniert nicht! Shit! Ja, aber das Schiff kommt gleich! Geh weg! Oh, das sieht gut aus! Da hast du ja gleich staunen! Ah! Was ist das denn für'ne Scheiße?! Was ist das denn für'ne Scheiße?! Was ist das denn für'ne Scheiße?! Warum passiert das immer mir?! Da hat die Pflanze noch gesessen! Was denn? Hat er, hat er! Nee, nee, er hat's! Helft mir auf! Ja! Warte, mich! Ja! Ah, okay! Hab ich... Ich wollte... Ich wollte... Ich hab Early extra... Ich hab Early extra leben gelassen, damit du kommst, um ihn zu retten! So weißt du? Ja, meine Geschütztürme standen da aber! Hm, die machen super viel Schaden! Ich hab' zwei oder drei hab' ich gekillt, aber ich hab' nicht alle gefunden! Die sind auch echt klein! Bis man die erst mal gefunden hat, ist schon... Ist schon krass! Wie war das? Noch nie verloren? Ja, mittlerweile ist ja auch was anderes... Ah, die Gesundheitsregeneration hab' ich freigestellt! Das ist cool! Aber nein, ich muss irgendwas... Toll! Ich kann das Monster gar nicht leveln, weil man den Stein werfen muss! Ja! Den Stein hab' ich auch noch gar nicht! Was macht denn der Stein? Aber der Stein macht richtig gut Schaden! Der Stein ist aber wie bei Left 4 Dead, weil ist ja von den Entwicklern von Left 4 Dead für den Arsch! Weil dann stehst du da und wirfst einen Stein! Ich hab' den eben in der Luft mit Schaden in die Presse geworfen! Ich find' den saugeil! Du kannst den erst aus der Entfernung, also wenn du den auflauerst, als erstes den Stein werfen, direkt hinterher springen und dann chargen! Machen wir das Monster immer so zwei mal hintereinander, ne? Okay, achso... Immer einen Part oder wie? Ja, immer einen Part! Die Map finde ich das mit dem Wasser aber super nervig! Ja, richtig! Weil guck mal, was soll dieses riesige Wasserbecken unten rechts... Ja, das bringt ja auch nichts! Da ist ja nichts drinne! Der einzige ist halt der Kraken! Der Kraken kann da halt hinfahren! Achso, ja, okay! Der ist ziemlich geil! Der kann fliegen und das geil ist mit seinem Luftstoß kannst du die Leute da, wie ich dich gestern, einfach mal in diese Scheiße reinpusten! Und dann stirbst du da drin langsam! Ja, man siehst das echt an der Ecke! Und die kannst du halt auch richtig gut abdecken mit dem, den du hast, mit diesem Bewegungssensor und der Ape ist es glaube ich, ne? Ne, das ist Gryphon! Ach, das ist Gryphon, ja! Weil da gibts ja diese eine Engstelle, wenn er dann von oben nach unten will, muss er dran vorbei eigentlich! Ne, bin ich Monster? Das kommt noch, ne? Ja! Ja! Ja, das ist nur was passiert! Ist noch eine Krabslead noch! Tut mir wirklich leid! Bin da! Ich glaube, ich sag' aber Skin! Also, was ich aber immer noch, der Default Skin hat noch nie verloren! Ich hab ja jetzt den Pay-to-Win, also den Pay-to-Lose-Skin, seitdem ich den genommen habe, hab ich verloren! Ach komm, ich überhalte! Also Bucket gefällt mir ganz gut in letzter Zeit! Ja, ich finde auch, als wir letztens halt aufgenommen haben mit den anderen, die haben gesagt, eine kleine Map ist total scheiße fürs Monster, äh, total OP fürs Monster und so. Ich finde, eine kleine Map ist super kacke fürs Monster! Ja, ja! Wir wissen immer, wo du bist! Du kannst doch nicht einmal essen! Geht ja drum, in Ruhe zu evolfen! Das ist auf einer kleinen Map ziemlich schwer möglich! Du warst gar nicht evolved gerade, ne? Ich hatte! Also ich hatte es die ganze Zeit ready gehabt! Und ich wollte, als ich early umgehauen hab, bin ich um die Ecke gerannt, weil ich dachte, du haust ab! Dann hätte ich evolved! Wenn du gekommen wärst, hab ich angegriffen! Du bist gekommen, hab ich angegriffen! Ja, ich musste hinterher, weil deine AP war so niedrig, wenn du dich jetzt wieder hochgefressen hättest und evolved wärst... Ja, die anderen waren ja alle schon zweimal down! Das heißt, die hatten nur noch 50% Leben! Die wären ja super schnell! Ja, und wenn die dann wieder in Angriff rein wären, dann wären wir sofort tot! Mhm! Ach, das ist die Map mit dem Dome! Oh ja, der Dome! Du scheckst noch nicht so ernst! Ja, der Dome! Warum macht die Dome überhaupt? Das verstehe ich nicht! Die hat die Fährte vom Monster! Der muss halt einfach hinterherrennen! Wollte nicht neugierig sein! Hast du immer? Ja! Hast du Angst vor mir Heid? Die kannst du nicht auswachsen, die Wichtersmonster! Oh ne, gleich falle ich wieder gegen dich! Die Dome finde ich, finde ich krass! Ein bisschen vielleicht! Weil die Gebiete eigentlich recht klein sind! Du musst immer durch einen kleinen schmalen Gang, um den nächsten Dome zu kommen! Craps, bei mir bist du grad voll durch so'n Ding durchgefahren, Alter! Ja, okay! Ich kann's halt! Hab glatze! Ich kann das! Ey, lass! Such! Hier ist er langgegangen! Mal sehen, was wir sehen! Merger, oder? Vorsicht! Nicht das Wiesnvieh anschießen, bitte! Ein Albino! Nicht zu übersehen! Was war das denn? Ja, ich hab grad einen Stein geworfen, oder? Natürlich! Als ob ich den Stein geskillt hab! Hast du auf jeden Fall rausgegangen? Das ist bestimmt auch schon im Schneegebiet! Schneegebiet finde ich recht kacke, deswegen lieber ins Große! Aber kann man Daisy nicht austricksen, indem man die ganze Zeit nur schleicht? Ich glaube, das geht falsch, oder? Weiß ich nicht! Da hinten ist er am Schneegebiet, ganz hinten! Achso, da hinten wurden noch Vögel gesichtet, okay! Ach, die Vögel weiß in uns den Weg! Herr Ines, Alter! Du stirbst gleich! Ach, hier kann ich nicht rum! Wer? Du! Warum? Weil du wieder nur halbes Leben hast! Du bist der wichtigste Mann eigentlich! Du musst halt fressen ohne Ende! Du bist unser Schadensausteiler! Ja, ja, ja! Da ist er heilung... Fick die Henne! Danke! Oh Gott! 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 Gib dir ein Deins auf einmal her?! Choliat, Feuer ist nicht genug! Der Schild geht weit aus! Mein Schild ist weg! Oh... Wegschlaf! Granat! Toll, ihr habt den genau zu mir gejagt. Ich hab dich ja schon gesehen. Ah ok, dann machst du jetzt doch mal rechtsklick. Achtet auf die Schwachstelle! Ein Treffer! Ein bestätigter Treffer! In die Runde gefallen! Ich bin in die Runde gefallen! Wo ist der denn? Ist der aus? Nee, raus kann er ja nicht. Nee, aber hier den durchgegangen. Ja, die Hintertür an der Kuppel hat er offen gelassen. Hat er nicht abgeschlossen. Vergiften wir jemanden! Granate geworfen! Aktiviere Tarno! Krass, wie gut du dodge kannst. Also fast, als wenn du so viel Jetpack hättest. Ah, Panzerung ist da unten. Daisy! Danke! Ich bin bei uns! Die Wappen sind bereit! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Da liebt einer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Daisy! Komm her, bei uns! Hast du Schiss, Großer? Scheiße! Der kann abhauen! Nein! Verwundet! Nein! Daisy! Geht her! Grants! 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 Da, hallo! Bleistet ihr, dass sie retten! Oh Mann! Oh Gott! Mal Daisy in Ruhe lassen, Pengel! Hier, ein langsamer stinkender Tod! Wo ist er denn jetzt hin? Links beim Dome geht er lang! So, ich habe dich gekallt. Da, er ist markiert. Oh Gott, da drin. Wo sehe ich eigentlich die Ausdauer meines eigenen Monsters, dass man nicht wieder springen kann? Ähm, an deinem Fadenkreuz sind so drei Markierungen. Echt? Das sind meine Sprünge? Das sind die drei Sprünge, genau. Oh, okay, cool. Oh nein. Ihr seht ja, wo er ist. Einfach rauf jetzt halt. Ah, hier ist ein Krokodil drin, auf der hier jetzt erst. Okay. Da oben rennt er. Hm, habe ich schon. Wo ist da oben? Leider kann ich mich nicht markieren, der ist wieder aus dem Dome raus. Beginner Ausklärungsflug. Dort raus, ist er. Und in den anderen Reihen, oder was? Ja, ja, genau. Er läuft in die Richtung. Das ist doch ein Helm. Das ist doch mein Kopf, da. Nein, wieso sieht er denn? Ey, der fiel aus? Nein, nein, der ist so verdauen gewesen. Was flog denn auch für ein Eimer rum ey? Deswegen ja Wacki. Wo ist er denn? Er war da, wo meine Drohne abgestürzt ist. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Zeile. Das Ding hat was getötet! Da kreisen Vögel! Da ist Daisy! Ich greife den Goliath an! Passt doch das Feuer auf! Hey, wer greift den Goliath an? Hat Daisy ihn attackiert, oder was? Wer ist Daisy? Die Frage ist größer. Nicht runtergehen, Early! Daisy, du bist okay, ja? Ich dachte, man hat wenig gesehen. Sterbeerlaubnis nicht verteilt! Feuer! Schild aktiv! Erfordere Reparatur! Toll, jetzt habe ich mich hier für Early gefragt. Wir fallen bereit! Her mit dem Monster! Mr. Halsey sagt, dass sie meistens flüchten, wenn die Webhamserung vernichtet wurde. Wir sollten also aufpassen. Okay, ich glaube aber, er frisst ganz gut durchs Feuer. Oh nein! Na ja, guck mal, er hat noch recht viele Leben. Du wirst bestimmen, diese Fleisch fressen mit's Lanze! Ich bin auch dauernd. Was ist mit der Pflanze hier? Hau ab, Early! Oder Grants! Lässt ihr eigentlich wieder frei? Oh Gott! Das Monster ist frei! Getankt! Feuer! Kollektiver Tod steht bevor! Der belebte sein Hund wieder anstatt mich, ne? Alter! Ich hab's erwischt! Ich hab's erwischt! Ich hab sie nicht gesehen, ich muss die Monolik! Sie braucht Hilfe! Medic! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich bin hier! Du verlierst einen dauernd Teile, Reds! Was sagst du? Du verlierst einen dauernd Teile! Die Menschen sind tot! Ich glaub, er ist tot! Hä? Ich weiß! Mh, lecker Lazarus! Ich hab ne Straße lagern! Da kann ich nicht mehr sehen, was für eine normale Mast. Er wird auf jeden Fall jetzt auf Phase 3 gewolfen. Ja, dann haben wir verloren! Dann haben wir nen Salat! Mit dem Verrückten! Das Bude ist, ihr seid jetzt ganz tot endlich mal! Wer? Ja, Lazarus und Early! Das heißt, ihr kommt mit weniger HP wieder! Mit weniger Gesamt-HP! Und ihr könnt auch nicht voll heilen! Naja, ich weiß! Hä? Ist die Drohne dumm? Wieso Drohne? Ich hab den... Ich seh den von hier, Alter! Rance! Von deiner Position aus! Ja, aber ich brauch die Punkte! Ja! Wem meinst du, wen siehst du? Dalu? Ja! Ne! Das war nicht Dalu! Das war ein Monster! Dalu, hat 240 Metern hier die Vögel! Oh Mann, ey! Oh Gott! Ein geiler Platz zum Wolken gewesen, den ich hab! Er war richtig geil! Ei, 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 ei! Ja, ich weiß. Du hast ein Wofi wieder gelebt. Aber der Hund fliegt ohne Fallschirm, oder? Der knallt einfach nur unten auf. Er kommt zu eurem Point. Oh Gott. Er ist direkt da. Er ist direkt da. Ich bin unsichtbar. Der Schild geht bald aus. Ach Gott, jetzt wäre ich hier noch vom Krokodil gefressen, ey. Wie behindert. Oh, ernsthaft? Ja. Alter, Mechmeldung. Der Damage-Dealer ist immer der Held, ey. Ey, den der Sold kann dann jemand anders spielen, ja. Zeigen, wie es geht. Nein! Daisy, geh weg da! Jetzt wird's schwer. Mhm. Abstand halten! Nein! Warum bin ich jetzt der Tod? Weil du schon zweimal down warst. Ich hab das Ding geschwächt. Kann mich auch leider nicht unsichtbar machen. Das Lazarus-Gerät ist bereit. Pass auf, Grinch. Steh auf, Mann. Wenn das nicht reicht, kannst du ruhig sterben. Das Tier hilft uns. Los, greif ihn an, du fetter, du fetter Zwerge. Ich brauche Hilfe! Ich bin hier! Vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen. Feuer auf das Ziel! Verflucht! Schade, Craps. Schade, Craps. Boah, das Problem ist Early, du musst ihn jetzt angreifen. Er will er wieder beleben oder irgendwas machen. Wenn er das Relay-Kampus hat. Schieß ihn einfach immer an, dann kann er es nicht weitermachen. Am besten wäre es gewesen, wenn wir beliebt sein. Monster, ja, fuck! Gefällt dir das? Wäre nicht an ihm vorbeigekommen. Vorsicht, das Monster ist drei! Da, du faszinzig! Das ist schade, schade. Vorsicht, das Monster ist schreiend. Krass. Dank'n gut ab. Hast du ein Ring um deine Zunge? Das war jetzt aber auch ein anderer Skin. Mit dem, also habe ich auch 25% mehr Angriffskraft. Ah, das war nicht mehr der Magma-Skin oder wie? Ne, ne, das war jetzt der Savage. Also er ist auf jeden Fall stärker. Oh nice, Flammenwerfer hat einen Stern. Au, sauber, die automatischen Geschütze habe ich jetzt gerade geskillt. Professioneller Goliath. Der Juli-Tarnung, Zähler Null und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich dafür machen muss. Wahrscheinlich, dich selbst unsichtbar ohne gesehen zu werden. Ich habe immer getan, sieben Kreaturen mit dem Latze Muskelwett wieder. Was mache ich die ganze Zeit? Kreaturen, steht da. Ja. Genau. So Leute, hat Spaß gemacht. Schaut in meiner Videobeschreibung vorbei. Als nächstes ein anderer Monster. Und wir schauen mal, wer das ist. Bis dann und tschüss. Tschau. Tschüss Leute.